Wir sind heute in unserem wunderschönen neuen Deloitte Office in Frankfurt zu InspireWin, unserer Netzwerkveranstaltung für Frauen im Leadership. Wir diskutieren, was für die Zukunft der Finanzbranche getan werden muss, welche Rolle dabei neue Technologien wie Metaverse und Blockchain spielen, aber vor allem wie eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie gelingt. Wir befinden uns in einem nahezu disruptiven technologischen Wandel und wir alle sollten und müssen uns darauf einstellen, diesen Wandel aktiv voranzutreiben. Ich freue mich vor allem dabei zu sein, um auch mal Perspektiven aus einem anderen Land mitzubringen, weil ich es für ganz wichtig halte, auch von verschiedenen Finanzinstituten zu lernen. Auch bei Deloitte ist uns Female Leadership wahnsinnig wichtig, weil wir glauben, dass wir nur dann die besten Services und neue Lösungen für unsere Kunden bereitstellen können, wenn wir das beste Team haben. Es gibt ein wunderbares Zitat von Gerald Sandberg, ich liebe es. In future there will be no female leaders, there will just be leaders. Das ist genau das, was wir erreichen wollen, die besten Führungskräfte für die Finanzbranche. I've been to other women's events in Frankfurt and I found this one to be most interesting because it focused on the finance industry, it brought women together and allowed us a chance to network as well as giving us an opportunity to learn about new topics like quantum computing and developing women in leadership. Die Veranstaltung heißt INSPIRE WIN und ja, das Ziel ist erfüllt. Ich gehe heute inspiriert aus der Veranstaltung mit Netzwerken und spannenden Impulsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020